moin ebims der kerb metzen wir bei leute ja jedenfalls end of the gungeon war ich hier wegen dem epic games launcher seit letzter woche hier kostenlos und naja habe ich natürlich geholt was war nicht besseres also natürlich zu spielen und mit mods kill der kuhn next time user key man könnte natürlich denken hier so das spiel ist einfach ein bisschen mit mord so nein ich weiß nicht nur spielen ich weiß verdammt noch mal vernichten und zwar mit diesen kleinen baby duck tape friends of gunsmiths jetzt ist ja fragen was macht das genau noch mal ja meine naja mein lieber das tut es auf jeden fall nicht kommt bei uns zu können wenn sie ganz mit aktiv kommt man zu currently quick gang with the next carried gun anders gesagt das kleben einfach zwei waffen zusammen du kannst beide gleichzeitig schießen ich glaube ich könnte vorstellen wie ich kann euch vorstellen dass es ganz schön chaotisch wird wie zu quasi und auch charge hat ist eigentlich gut aber das ding ist ja natürlich bei der ist hier ist aufladbar ich hätte schon gern irgendwas semi-automatisches gesagt ich habe einige mods darauf dass wir der kirby martin paar sachen die items dazu zufügen und expand the gun gen keine ahnung es wird sich den ganzen weg nach oben laufen ja definitiv ich bin dann gern auf dem waffen wird dann könnte sagen es ist natürlich kann man sagen immerhin geben sie mir ein halbes herz als mitleid dankeschön wir können natürlich sagen ist voll so die hier waffen amerika ich habe bei dem herz einfach so bekommen du bekommst dich einfach so hier sachen und dich wieder besser zu gehen so hat free health gehalt oh hat es noch gekriegt ja wir können uns alle einlegen in diesem momentanen pandemie ist das amerika nicht wirklich effektiv ist hier aber eine kiste oh was ist das crackling egg jolt der amir looks kind of thing has a certain appeal don't break it this mysterious egg a warship for thousands of years by a long lineage of cats some say that if you listen closely strange ways it can be heard from a front of a child aber top shot wenn ich charge shot ich finde es eine mein lieblings muss nicht direkt in mich rein sparen und shoptyp kann ich mir direkt die leben und das kann ich nicht mehr aber ich habe wieder ich habe wieder ein leben i want the key baby oh heck blaster war nelly das fühlt sich doch gut an das ist ganz schön gutes damage und um 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 nach man kann drüber schreiten aber ich finde es ok jedenfalls gebe ich mir noch eine map die mp natürlich direkt ist ja müssen wir in der boss kann da geben noch mehr zeug das go leute Gatlinger. Wow. Der wird ja aber vernichtet. Oh, verdammt. Was zum? Hat dieses Ding gerade eben... Nö. Ich glaube, ich bemerke gerade, das war nicht hier. Weil der... War keine so gute Wahl, wenn ich so drüber nachdenke. Aber hey, wir haben ihn vernichtet und wir bekommen Triple Crossbow. Oh, ich glaube, das Eis ist kaputt gegangen. Irgendwann kriegen wir jetzt Leben. Hangemone Credits und... Ah, warte. Was ist das für ein Ding? Ammo Repurposer, Shell Space und Phoenix. So, und natürlich jetzt hier Duck Tape. Kann ich eine große Duck Tape für hier? Ja, kann ich. Okay, vielleicht war es keine so gute Idee dafür, dass es hier irgendwie... Das macht aber... Hey, nimm mal hin. Besser uns nicht. Wow. Oh. Wow, back up a bit, dog. Und dann haben wir einen Haufen riesen... Riesiger Raum, als ob wir das nicht schon genug haben. Hast du schon gesagt, dass es ganz schön durcheinander wird, wenn man auch bemerkt ist. Oh mein Gott, Lead Maiden. That was a Lead Maiden. Bieten. Schlüssel nehme ich gern. Der Rest. Oh, es geht noch weiter, aber es ist wahrscheinlich wieder eins von diesen... Ja. Ah, nöter. Oh, das war's schon. Und noch ein Schlüssel. Und hey, ist wieder eins von diesen Räumen. Ah, wir kommen diesen Typen. Wir müssen einfach bis zum Boss, der Schlüssel, und ja, die, ja, der aufschließen. Wie ist so ein Ding? Was ist denn so ein Ding? Mods, nochmal. Bad Boy, do I love some murdering? Oh, da wollen die gleich irgendwie... Die beiden Räume direkt nebeneinander tun, aber ne. Das sieht neu aus. Tabletech Guon, Spin Flip. Weißt du, was dieses Tabletech Guon macht? Ammon Amikant. The highly special spinning flip technique causes chunks of table to become detached over the crater in a Guon storm before becoming the instant gradient from Shio. Chapter of the Tavla Sutra. A true flip doesn't predict only once, but many times after as well. Go ahead, I'm done. Blank. Knockback up. The unusual box is actually warm into another dimension, where an even more unusual cosmic car resides. If it smells blood on a casing, we have a small dimension tear inside of it, somehow working like a small pocket tower's name is George. Hi, George. Ich bin auf dem Zweig, aber das ist wahrscheinlich... Ah, Profi. Verdammt, wie viel Ammo hier drauf. Warte. Warte, wir sammeln uns einfach ganz viele davon auf. Hier kann ich aber noch mehr bekommen. Oh mein Gott. Wie es schon aussieht. Warte, geht davon ab, welche? Nö. Gut. Jetzt sind wir schon mal perfekt. Und ja, noch mehr. Oh. Ah, anscheinend war das vor ein paar zu viele. Sonst gibt es auch ein Limit. Schade. Ah, jetzt bin ich nicht mal so godlike. Natürlich bekommen wir Block, ne? Das geht ja noch. So, alle seine Attacken gehen bis auf die. Keine Sorge, wir haben Duck-Themen-Waffen. Natürlich werden wir ihn sowas von vernichten. Bevor er mich vernichtet. Ah. Ja, damit haben wir schon mal einen Haufen Zeug. Aber keine Kiste. Manchmal gibt es eine Kiste. Aber ich frage mich nicht. Warum hier nicht? Gimmie Kiste. Ui, das ist wirklich Blank noch bergab. Warte. Weiter. Und... Gamma-Strahl. Mean Green. Nice. Man sieht, wie ich sich an der Laserwaffe ausmerken würde. Bump. 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 Au. Au. Zwei mal in Folge. Und das eine ist wieder eine Waffe. Und ich habe... Und einer meiner Freunde ist im Discord. Oh mein. Oh boy, wir werden diesen Boss vernichten. Da gab es ja nichts, ne? Oh, Morganda. Fun Fact. Niemand mag dich. Oh mein Gott. Ich habe so viel Helfer verloren. Oh, das ist Gravity Glove. Virtual Pull. Ich habe keine Ahnung. Hyperdisk. Und. Mein Rescuer. I know we had no choice, but I encourage my fellow lock for me. An fortune sacrificed by the necessary one. Come by my shop whenever you see me. Many things in my trance, so mine find help of one. Okay, ansonsten sagt die Maps auch nicht mehr. Nuts. Falsches Nuts. Und ab zu den Minen. Oh. Es soll. Oh. Oh mein. Oh mein. Ich könnte es zwar auch ducktapen. Ich denke es halt irgendwie. Ich glaube man muss es immer wieder aufheben. Ich denke ich behalte es einfach. Okay. Ich gebe mir jetzt schon mal ducktapen. Ich bin immer wieder aufhören. Ich bin immer wieder aufhören. ich habe nicht auf meine ammo geachtet das ist das ist schon mal ein gutes ding die hälfte wird mal wieder hinzugefügt und wir haben und wir haben ein power ich wünsche mir das niemanden und so eben ist der schalldämpfer wieder in natürlich spawn da stimmt ich habe immer noch schutz aufbauen i am the wheel of the thousand doors the doors are dead oh man hätte finden ja noch eine der fetten haja oder pils tisch 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 wie auch immer das mit dem tisch gemacht habe ich finde es auch so lustig synergy chest ich habe keine ahnung was das macht ich glaube das ist eine komplett bescheuerte idee wenn wir sein genau so es ist natürlich versterben komplett dämlich ich habe bereits sensed das ich habe schon gesehen von einem kilometer ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot oh mein oh mein und finish ja noch an der gleichen stelle gespawnt ist leider keine waffe und die maps auch nichts mehr vielleicht noch hallo kriegen wir in der west wieder eine von diesen dingern die wir leben lassen sollen ich werde alle vernichten bis auf dich du bist etwas besonderes wie geht's so ich habe eine markt noch du hast auch eine markt und ein schlüssel dankeschön was man diese hohe politiken wenn ich schon darüber redet das just politiken ist sie movie ist ihr live kommentos also was man aber gar nicht ist wahrscheinlich höchstens aber in so einem fuck you in particular oh nice holy mr fahrenheit 200 degrees das sieht so heftig aus und ich habe sogar mehr speed abgehörst hier der anscheinend ist jeder hier dieser ordner scheint ein bisschen kalt heizen in wien doch ein bisschen auf ich bin heiß ist sie hier hitzen wir haben die stimmung bis nach wo ich das ist das ist natürlich das problem wenn feuer komplett rot ist und man einfach nichts sieht das sieht lustig aus und es ist lustig aus dass sie nicht lustig aus okay 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 damit ich muss damit ich wusste die jetzt abjürde falls was ist das ist oh mein gott ich hab money yay makaraf nicole makaraf sie gold 18 51 noch mal wieder gelockt und dann einfach und ja noch mehr das waren alles gut es ist die mauer system mauer sie ist sauer ich bin tot ich bin sowas und ich bin ich bin tot okay we don't please